10 Jahre Löwenzahn-Fanclub Eine ganz schön lange Zeit, nicht ganz so lange wie Löwenzahn, aber ich finde schon 10 Jahre gibt es kaum eine Fanseite im Internet und sie wird immer noch häufig besucht und ich kriege auch E-Mails und Anfragen von vielen Leuten und das macht sehr viel Spaß und ich hoffe es bleibt so, ich hoffe ihr schaut weiterhin mal vorbei und lasst es euch schmecken, nachher kommen noch die Grillwürste und das Fleisch also ihr werdet nicht verhungern, aber ihr müsst auch ein bisschen was tun, meine Darsteller nicht, ihr dürft voll Geschiedsrichter sein Es gibt ja die Löwenzahn-Challenge, ich möchte nämlich euch nachher aufteilen in 2-3 Teams Team Bauwagen, Team Nachbar und Team Kiosk und dann müsst ihr 2-3 Aufgaben erledigen, weil ihr müsst mir beweisen, dass ihr Löwenzahn-Fans seid Ja, nachher habt ihr euch bloß verirrt und esst meine Würste weg, das geht ja gar nicht Ja, aber keine Angst, ihr müsst keine Kurzelbäume schlagen, ihr müsst bloß euch zum Affen machen Aber, es macht Spaß Gut, na ich hoffe es gefällt euch und wenn ihr Fragen habt, ich erzähle nachher auch noch ein paar Sachen aus 10 Jahren Löwenzahn-Fanclub und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch an mich und an Maria, meine Assistentin Gut, na dann, viel Spaß und wir fangen nachher mal an, ich sag euch Bescheid Seid ihr bereit für Löwenzahn? Wer will wissen, wie der Mond sich um die Erde dreht? Wer will wissen, wie das mit dem Internet geht? Wer will Dinge bauen und überhaupt mal schauen, auf wer der Wind heut weht? Wer will wissen, wie man fliegt und wieder runterkommt? Oder was passiert, wenn sich ne Blume sonnt? Wer tanzt gern im Regen, wer will sich bewegen? Denn jetzt geht's rechts herum Es gibt einen, der's euch zeigen kann Fritz-Fuchs heißt dieser Mann Fuchs Fritz-Fuchs Steht bereit Es geht nicht weit Sein treuer Star, guck an Drei Schnitte vor und zwei zurück Hände hoch, klatsch Total verrückt Schüttel dein Haar, denn alles ist klar Löwenzahn ist da Er will mit uns auf ne schöne Reise gehen Überall gibt es wirklich tolle Dinge zu sehen Seid ihr dabei? Dann zählt mal laut bis drei Und... Eins, zwei, drei! Wir sehen Wolken, wir sehen Sonne und den Regenbogen Wir sehen tausend kleine Füße umgelogen Wir kommen immer wieder, wir gehen immer weiter Und drehen uns jetzt nach links Und ist der jetzt, der's euch zeigen kann Wie heißt dieser Mann Fuchs Fritz-Fuchs Fuchs 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 Zwei Schritte vor und zwei zurück Hände hoch, klatsch Total verrückt Die jungen Leute Schüttel dein Haar, denn eins ist klar Löwenzahn ist da Zwei Schritte vor und zwei zurück Hände hoch, klatsch Total verrückt Schüttel dein Haar, denn eins ist klar Löwenzahn ist da Löwenzahn ist da Kann ich alle eure Hände sehen? Und jetzt doppelt so schnitteln Die Wildschweine Die Wildschweine Die Wildschweine Löwenzahn ist da Löwenzahn ist da Löwenzahn ist da Die Wildschweine Die Wildschweine Untertitelung des ZDF, 2020